Hallo meine lieben DS-Freundinnen, herzlich willkommen zurück zu Digimon World Dust. Beim letzten Mal haben wir eine neue Quest angenommen und zwar sollen wir in die Thriller Ruins gehen und... Was müssen wir da eigentlich machen? Ja, ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber es ist schon für mich eine Weile her. Und zwar müssen wir für Digimon ein paar Schausteller für sein Schreckenskabinett mitbringen. Und ich habe in der Zwischenzeit Kuri mitgenommen, weil wenn ich da wieder in diese Brainzone reingehe, kann es sehr gut sein, dass wir noch die restlichen Holy EXP zusammenkratzen können. Ich gucke mal kurz, wie viel Sinn zwischen hat. 4.100, sie braucht noch 6... äh, sie braucht insgesamt... äh? Moment. Habe ich jetzt falsch geguckt? Ja, ich habe falsch geguckt. 2.600 hat sie. Und insgesamt braucht sie 4.000 Holy EXP. Damit sie endlich digitieren kann. Dann außerdem habe ich festgestellt, dass Warren bald zum Ultra-Level digitieren kann. Es fehlen eigentlich bloß noch ein paar Level. Also Level 41 für ein Black Wargrimmon. Und dann habe ich auch noch festgestellt, dass Sam auch nicht mehr lange braucht. Naja, auch bis Level 42, aber Davon sieht es genauso. Der braucht bloß noch diese 10.000 Dark EXP und die werden wir hier auf jeden Fall... Die werden wir dort in den Thriller Ruins auf jeden Fall noch zusammenkratzen können, hoffe ich doch. Vor allen Dingen so oft, wie uns irgendwas entgegenkommt, ist das sogar nicht mal unwahrscheinlich. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir in die Brainzone von den Thriller Ruins noch rein können. Denn ich hoffe, dass uns wieder diese Kack-Digital-Mammon entgegenkommt. Die ich ja unbedingt für Kuri brauche. Ja, wir können tatsächlich in die Brainzone. Ich bin jetzt am überlegen. Gehe ich erst in die Brainzone oder, ähm... Trainiere ich hier ein bisschen? Ich meine, das wollte ich sowieso eigentlich nicht, äh, on... On-Screen machen mit dem Trainieren. Aber... Wenn ich schon hier eine Möglichkeit habe, Kuri zu trainieren und das sogar recht gut mit diesem blöden Digital-Mammon, dann werde ich diese auch... Wow! Nutzen! Sag mal, bist du es noch, du Mistviech? Ich glaube, es hackt hier. Sterb, Phantomon, sterb! Also, wir sind hier wieder im Land der, ähm... Insta-Kill-Phantomon. Und dürfen uns natürlich damit rumstreiten. Dämliches Mistviech. Natürlich trifft's nicht. Chaos-Slash zum Glück. Alles andere wäre böse gewesen. Ich hab so ganz langsam die Nase voll. Lunatic Dance. Ich glaube, ich geh tatsächlich in die Brainzone. Obwohl ich guck erstmal, wo die ganzen Digimon sind, die wir eigentlich besorgen müssen. Äh, es sind auf jeden Fall ein Myotismon und zwei Mamimon, die wir dazu überreden müssen, äh, als Schausteller im Gruselkabinett bei, ähm, Devimon mitzumachen. Und ich hoffe einfach mal, dass das recht gut funktioniert. Und dass er auch recht schnell über die Bühne geht, weil Sam, äh, scheint da nicht so begeistert von zu sein. Na komm schon. Soulful Kick und Hit und Kill. Sehr schön. Phantomon ist down. Devon hat's zum Glück nicht erwischt. Das ist nicht, hm, dann nicht, wenigstens nicht mehr so schlimm. Und ich geh jetzt erstmal da rüber, in der Hoffnung, dass ich dort dann schon das erste Digimon finde. Aber ich glaub, das war da auf der Plattform oben. Hallo Mamimon! Noch ein Mamimon! Und ein Dragmon! Also zwei Ultra und ein, ähm, 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 ähm. Gleich hab ich's. Und ein Rookie-Level. Dann will ich mal hoffen, dass sie recht schnell kaputt gehen. Ich glaub, dass Mamimon ein Ultra-Level war. Ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaub schon, weil das nächste, worauf sich Mamimon digitiert, war ein Mega-Level namens Pharaomon. Okay. Ich hab's wieder. Mamimon ist ein Mega-Level. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass diese Mamimon, äh, gerade so verwirrt sind, dass sie, ja, dass sie Tag träumen. Sehr schön. So hab ich nämlich die, äh, Möglichkeit, diese Mamimon kaputt zu kriegen, ohne dass sie mir auf Sam eindreschen. Oh, jetzt ist das Mamimon vergiftet. Gut. Ähm, 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 ähm. Dann will ich mal hoffen, dass der Soulful Kick schon ordentlich was reinpfeffert. Natürlich nicht. Es geht daneben. Luna, was ist mit dir los? Immer wenn ich den Soulful Kick starten will, dann... geht's daneben. Was soll das? Und jetzt macht das noch nicht mal mehr kaputt. Oh, es reift nicht Sam an. Das ist schon mal gut. Denn wir brauchen ja Sam noch. Und ich bin gerade so ein bisschen zu geizig, um den Tank einzusetzen. Aber das mach ich gleich. Und ist Sam wenigstens nicht mehr ganz so angeschlagen. So, und es gibt wieder Dark EXP für alle, die sie brauchen. Wie zum Beispiel Devon. Und da hab ich gerade gesehen, ein Level Up für Lana. Und das ist doch schon mal schön. Wie gesagt, ich hab Kuri halt wieder mitgenommen. Weil wir sie vielleicht brauchen könnten. Beziehungsweise weil wir hier vielleicht was Gutes tun könnten. Wegen den ganzen Digitarmammonen. Die uns ja so schön auf den Nerv gehen. Wenn ich schon einmal dabei bin, dann kann ich hier auch ein bisschen voll machen. So. Okay, ich geh nochmal zurück und hol... Äh, guck nach dem Mammimon, das da, glaub ich, irgendwo rumstehen soll. Vielleicht ist es ja auch das Miotismon, was da steht. Ich weiß es nicht mehr ganz so genau. Und wir haben hier drei Mammimonen, die uns unbedingt meinen angreifen zu müssen. Na gut. Ihr habt es ja so gewollt. Hallo, Mammimon. Ihr habt uns doch ganz bestimmt... Nein, habt ihr nicht. Schade. Naja, wenigstens eins davon ist verwirrt. Dann kann ich ja versuchen, mit der Dark Claw wenigstens hier ein bisschen was zu reißen. Und hoffen, dass eins davon wenigstens vergiftet wird. Schon mal etwas. Die Mammimonen machen ja glücklicherweise nicht ganz so harten Schaden. Bei den Phantomonen hätte ich schon eher Angst, dass wir uns was hier machen. Necrophobia? Oder Necrophieber? Oh. Eingeschlafen. Das habe ich selten hier. Aber man hat es. Leider, leider. Jetzt haben wir natürlich, dass es das andere Mammimon noch verwirrt. Das ist sehr schön. Man kann wenigstens nur noch eins zuschlagen. Schläft auch noch. Wah. Pyramidenpower. Wird dir nicht viel nützen. Lassen alle Attribute hoch. Oh. Okay. Und noch eine Necrophobia. Und schon sind meine Lieblinge wieder wach. Okay. Die meinen wohl noch eine Runde weiter zu schlafen. Auch in Ordnung. Und dann haue ich mal noch einen Lunatic Dance rein. Wer weiß, vielleicht wachen sie ja in der Zwischenzeit wieder auf. Ist halt jetzt ein bisschen nervig. Weil es schläft. Das schläft auch. Und dann können die Mammimon angreifen. Aber Sam ist jetzt wenigstens wieder wach. Und Sam macht eigentlich recht guten Schaden. Und hält ziemlich viel aus. Ist ja schon mal etwas. Und die Vergiftung von dem einen Mammimon hat sich schon mal aufgehoben. Was vielleicht noch praktisch sein könnte. Und Sam ist nicht eingeschaffen bei der Necrophobia. Necrophieber. Ich habe gerade nicht gelesen. Ist aber auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Bei dieser Attacke gerade. Halt. Geht's einfach mal fröhlich weiter. Das erste Mammimon ist schon mal down. Das ist doch supi. Und den Rest kriegen wir jetzt auch noch hin. Du greifst das falsche Digimon an. Du greifst eindeutig das falsche Digimon an. Du greifst immer noch das falsche Digimon an. Ich sagte, du greifst das falsche Digimon an. Hast du nicht ganz verstanden. Mistviech. Na komm. Das schaffen wir jetzt auch noch mit der Dark Claw. Fast. 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 Jetzt noch ein Soviel Kick drauf. Und dann dürfte das zweite Mammimon jetzt auch eh sein. Und jetzt wird es lustig. Wir haben noch ein Mammimon übrig. Was noch, was nicht mehr verwirrt ist. Okay. Jetzt sind wir wenigstens alle hellwach. Naja, fast. Luna ist jetzt eingepennt. Ist aber auch nicht so das große Problem. Denn wir können Luna eine großartige Halt sowieso nicht benutzen. Ich bin gerade am überlegen, was ich einsetze. Ich glaube mal, ich bleibe bei der Dark Claw. Da ihre MP so ziemlich gehen, null gehen. Und das ist halt ein bisschen nervig. Na komm, Mammimon. Verrecke endlich, bitte. Oder besser gesagt, nochmal. Jetzt dürfte es eigentlich vorbei sein mit dem Mammimon. Denn es hat nicht mehr viel HP. Und es vergiftet. Tschüssi, Mammimon. Und schon hat sich das Ganze erledigt. Und ein Level Up für Sam und Lana ist doch wunderschön. Also ich warte nur darauf, dass der Rest der Bundle jetzt auch noch die nötigen EXP bekommt. Und... Okay, hier ist nichts. Was ich hier jetzt wollte, habe ich keine Ahnung. Beziehungsweise habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen vertan. Ich muss natürlich woanders hin. Ich wollte eigentlich Luna auftanken. Das ist während dem Kampf einfach nur Kacke. Und deswegen gehe ich jetzt mal ins Inventar und gucke mal, was wir denn so an Digi-Min-Items haben. Okay, ein 200er Single. Das haben wir noch so ein 6400er Single. Das heißt, wir sollten demnächst mal einkaufen gehen. Dann gucke ich noch... Digi-Arr haben wir noch ein 250er Triple. Die werden auch direkt erstmal aufgebraucht. Und ein 300er Single, den kriegt mal Devon entgegengeklatscht. Und dann ist erstmal alles wieder gut. Fürs Erste. Dann wollen wir mal... Ich bin ja schon fast dazu geneigt durch den... Ja, ich gehe da rein. Ich gehe da jetzt rein und gucke, ob ich mal ein paar Digi-Tamamon entgegenkomme. Ich brauche die EXP, bitte Digi-Tamamon. Ich meine, ich mag euch eigentlich sonst nicht, aber heute ist es mal in Ordnung. Ein Candlemon. Wow. Ist zwar eine Leuchte, aber kein Holy Digimon. Nichts, was ich brauchen kann. Gut, dann... So viel Kick drauf und dann dürfte sich das eh schon erledigt haben. Ansonsten haut Sam nochmal drauf. Sehr schön. Weiter im Text. Leider nicht ganz das, was ich suche. So, mal sehen. Vielleicht kommt ja doch noch ein Digi-Tamamon. Ich hoffe einfach mal. Erstes Digi-Tamamon. Zweites Digi-Tamamon. Sehr schön. Da hakelt schon mal Holy EXP. Das gefällt mir. Zwei Lunatic Dances in der Hoffnung, dass es Digi-Tamamon nicht zu sehr auf den Kasten haut. Das wäre nämlich kontraproduktiv. Glücklicherweise sind beide verwirrt. Auf Anhieb. Das ist doch schon mal etwas sehr löbliches. Und jetzt kommt natürlich noch die Darkclaw von unserem guten Sam. Und die macht auch gar nicht mal so schlechten Schaden, muss ich sagen. Also 299 und 249. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Und zwar natürlich, dass hier jetzt keiner einpennt. Sehr schön. So muss das aussehen. So finde ich einen Digi-Tamon-Kampf richtig gut. Wenn bei mir niemand einschälft und der Gegner die ganze Zeit auf den Sack kriegt. So muss das aussehen. Nicht so wie beim letzten Mal, wo uns die Digi-Tamon schier kaputt gemacht haben. Und wir die Kleinen rausschicken mussten. Nur damit sich was dreht. Das war nicht so toll. Es war blöd. Nervig. Bla. Ihr wisst, was ich meine. Nightmare. Hm. Viel muss nicht unbedingt viel helfen. Auf jeden Fall scheinen die Digi-Tamon nicht mehr lange mitzumachen. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal einen Big-Eis-Blaster reinhauen. Und gucken. Ja, das hat sie auch schon getan. Die Digi-Tamon sind down. Und jetzt gucken wir mal. 290 Holy EXP. Also wenn ich hier mit Kuri ein bisschen rumrenne. Dürfte die bald ihre 4000 Holy EXP bekommen. Und dann ist sie das erste Ultra-Digimon hier. Wenn Devon sie nicht einholt. Das ist natürlich immer so die Voraussetzung. Denn Devon braucht eigentlich nur noch ein Level. Und ein paar Darkness EXP. Wenn Devon es nicht schon geschafft hat. Mit den Darkness EXP. Ich muss dann nochmal nachgucken. Ich vergesse immer so schnell die Statuswerte meiner Digimon.